So, mit der Granat, ja. Ja Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Mit dabei ist heute Axel Stein und ja, wir haben uns noch lange mal wieder getraut, eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds zu spielen. Lief natürlich nicht alles sofort nach Strich und Faden, aber am Ende haben wir vielleicht ein Chicken Dinner für euch. Viel Spaß. Ja, lassen wir hier in der Stadt gehen, da ist bestimmt jemand. Sehe auf, tatsächlich kein. Echt, ja, dann hast du zur Stadt gehen. Und wieder sind die schon alle da oder ist es echt keiner? Schon alles lebe, oh doch, komm, drei Stück auf der anderen Seite. Ach, hier waren wir noch gerade schon, weil hier sind wir doch schon erfolgreich gestorben. Ich habe das Gefühl, hier sollte ich mal die S12K nachladen. Kann man damit zu zweifeln? Nee. Na gut, dann, viel Glück. Hey, ah, hier ist noch ein Mountainbike, soll man mit dem Fahrrad fahren? Ja, ja, ja. Warte, ich muss mal jetzt eben auch aufbauen. Wow, ich fahre, 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 ich fahre. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der, wo ist der? Wo ist der, wo ist der? Ich fahre, ich walteäh, ich statisticierする. War einen Schluss, komm rüber. Natürlich. kaum einer also siehst du schon sniper gefunden ob die m24 ist mein internet lahm das geht aus den zwei jahren habe ich was so warte mal ich brauchst aber ein zweier rucksack also nicht ein dreier dreier beste in drei jahr rucksack der ist quasi außerhalb wo ich bin und bei mir bitte auch nicht sterben danke mal melden wir uns zu tunieren was soll dir schon passieren wir sind voll profis eine minüt 37 sekunde in spät die hände alter so wie der 9 uns herum ist auch so wie es aussieht keine so wie weit über den weg vom schuss ausgeht soll ich würde sagen du stellst dich hier draußen hin und ich mute du stirbst wieder aber erst später mal gucken wie weit die fliegt ob wir hier aufmerksamkeit erregen auch da vorne ach da jetzt der kummer hier rechts ist boah alter ist ja richtig weit geflogen daher ist doch sterben wir doch nicht rechts von uns versteckung im hügel irgendwo ist kein wie sie also noch die smoke ja manchmal den bügel welcher 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 wo rechts neben uns wo hast die weit geflogen die ist über den ügel glaube ich geflogen ich muss mal eben wieder hoch ein ach scheiß hast du irgendwie medikit oder so ich hätte auch was nein ja ich habe medikit hier ich weiß noch eine bankgranate und dann lau mich los das war das ich habe auch so vier mal ich lande ein stück neben dem hotspot wir können dann die restlichen nach richtig wie der kneipe um sechs uhr morgens die b-wache krall ich hast ja die 3 erzieht nämlich zeit einer und über uns er kommt ok hat eine schöne drei westes kaputt war nicht hatte nur ein zweier ist wo er kommt Teambeschuss Dein Ernst Geh bitte rein Zeiklus hat du endgültig getötet Grundteambeschuss Mit der Granat Du wirst nicht in meine Granate gerannt, oder? Oh nein Warum schmeißt du die denn in den Nebelmau-Mann-Stadt raus? Oh Mann Ich hätte die so umrotzen können Aber die Lebe ist es echt gut noch Scheiße Das habe ich jetzt null gecheckt Ich dachte du hast dich selber gekillt Oh fuck Alter Drück zu Ja bekommst, bekommst, bekommst Uh Fuck Komm ein bisschen rüber Nach hinten Nein Okay Meine geht uns gerne auf den Nerven Weil ich weiß, wir werden hier wenig Erfolg haben beim Looten Ja Ja Also die Ausbeute war jetzt Nicht so geil Sag ich mal Ja Wohin können wir da mal latschen Achso, ja gut Oh Das ist echt mies Wir müssen gucken, dass wir vielleicht schnell da runterkommen Damit wir noch ein bisschen Loot bekommen So, bitteschön Hatte zufällig zwei Mountainbikes in der Tasche Oh Können uns Zeit lassen Das ist immer wo du pushst so, ey Ich krieg die Tür nicht auf Warte So Oh So Problem erledigt Funktioniert ja super Einsatz fehlgeschlagen Ja, kein Flugzeug ist bereit Ja gut Notfall-Pickup war dann schon mal nix Ach guck mal, hier liegen es sind auch Häuser Sollen wir doch mal rein Ohne Visier ist das zwar auch AA Aber was sonst Oh ja Ja, viel Auswahl haben wir nicht mehr Ich setze mich hier ins Auto Die halten Ja Abknallen Oh ja, ein Rufpunkt Sind wir im Auto Nice Alter, hast du das? Ja, ja Ach du Kacke Jetzt wo du es sagst 15 noch am Leben Spieler links neben uns 80 hinterm Stein jetzt Hinterm Stein? Ja, hier Einmal gehittet Direkt gegenüber? Ja, ja Hier hinter dem großen Stein hier Jawohl, aufgenockt Sollen wir den noch losen? Nee Okay Hinlegen Einfach hinlegen Alle Zeit der Welt Alle Zeit der Welt Oh, sind wir hier offen Nein, 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 nein Nichts machen Die müssen hier rüber kommen Hä, warte Das war doch kein Team Das ist nur noch einer Gibt Er smockt sich Er ist weiter hinten Hinter dem Airdrop So gesehen Irgendwo hier An der Kiste Warte, ich komme von der anderen Seite Kommst du von der einen Seite Ich komme von links Du von rechts Mh Fuck Warte, warte, warte Kleine hinab Kleine hinab Jawohl, er ist außerhalb der Zone Geht noch Geil Schönes Ding Aber jetzt nur aufzuzeichnen Schönes Ding Nice Ja, cool, Freunde Also Wir haben es geschafft Endlich mal Nach 200 Runden Niederlage Genau Lass ihn mal noch Boah, der hat einfach einen Able Boah, das will ich haben Dreier-Bester hat er da sogar an Ja, cool, Freunde Dann würde ich sagen Schauen wir uns wieder In der nächsten Folge Ich hoffe, mit dabei ist Unser Axel Foley Wunderbar würde ich sagen Bis dahin Hau rein Das ist dein Stichwort Bis morgen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal